ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko in weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los und fangen heute mal mit dem dax future an und zwar wird in dieser woche erneut eine wichtige unterstützungszone getestet und zwar zwischen 15.816 und 15.891 punkten da gab es in den vergangenen wochen oder eben auch sogar monaten viel aktivität und hier wird sich jetzt eben entscheiden ob der markt nochmals anzieht um möglicherweise im sommer ein neues rekordtuch zu markieren oder ob der markt vielleicht erstmal zu einer stärkeren korrektur ansetzt um dann zu einem späteren zeitpunkt wieder anzugreifen also es geht nicht darum jetzt vorherzusagen was passiert und es geht darum wie der markt eben reagiert und mögliche setups bespreche ich dann unter anderem in meinem video von heute morgen und den link gibt es wie immer unten in der beschreibung schaut euch das auf jeden fall mal an wir gehen auch zum nasdaq und hier werden die verluste der vergangenen woche weiter ausgebaut die 15.000 punkte marke wurde bereits unterschritten und die nächste logische anlaufstelle für die verkäufer wäre dieses ausbruchs niveau bei 14.694 punkten das wäre also noch ein recht langer weg zumindest wer deutlich aktiver ist und dort vielleicht auch könnte es eben auch zu einem möglichen wendepunkt kommen allerdings muss man auch vorbereitet sein es kann auch sein dass der markt bevor es zu einem retest kommt nochmals anzieht und da würde ich mich vor allem auf die reaktion auf das vor wochen ja tief konzentrieren denn bevor der markt in der regel wieder durchstartet werden natürlich erstmal wichtige kurzfristige und schützungen unterschritten und auch da gehe ich in meinem video nochmal ein bisschen näher darauf ein wie man das dann handeln kann euro dollar zieht in dieser woche wieder an und testet sogar aktuell diesen widerstand bei 109 42 es gab ja schon zwei fehlausbrüche in den vergangenen zwei wochen aber das ändert natürlich nichts an der aufwärts gerichteten trend richtung im großen bild und deswegen sind höhere hochs oder neue ausbruchs versuche natürlich das wahrscheinliche szenario um dann endlich mal diesen bereich hier oben bei 110 33 zu knacken wenn allerdings der bereich hier nicht durchbrochen wird es vielleicht zu einem abpraller kommt oder vielleicht auch einem fehlausbruch dann besteht die gefahr dass wir auch noch mal die 107 87 testen bei gold gibt es in dieser woche eine erholung oder zumindest den versuch aber wirklich überzeugend ist das noch nicht und zwar wurde in der vergangenen woche die wichtige und schützung bei 1934 dollar aufgegeben es sei ja erstmal so nach einer kurzfristigen wohnbildung aus dann kamen die verkäufer nochmals rein in der vorwoche und jetzt ist die unterstützung zum bietestand geworden und solange der bereich nicht nachhaltig zurückgewonnen wird idealerweise auf wochen schlusskurs basis besteht eben die gefahr dass ja die verkäufer an wichtigen widerständen wieder aktiver werden und versuchen den markt also nochmals nach unten zu drücken und das nächste wichtige unterstützungsniveau nach dem vor wochentief liegt erst bei 1870 dollar wti testet jetzt zum dritten mal in folge die marke von 69 dollar hier gab es einen wichtigen tiefpunkt fehlaus auch nummer eins nummer zwei und vielleicht potenziell auch nummer drei hier gab es ein richtungswechsel dann die starke gegenbewegung und jetzt haben wir mittelfristig eine wichtige zone zwischen 69 und 70 dollar und dieser bereich muss eben einfach halten wir sehen aber auch dass sich die handelsspanne verengt hat mittelfristig also zwischen 69 und 74 und kurzfristig gab es in der vorwoche noch den fehlaussuch bei 72 ja also das scheint eben ja darauf hinzudeuten dass die markt teilnehmer einfach nach der suche nach einem richtungsweisen impuls sind und das ist entweder der bruch nach unten unter die 69 oben oder eben der anstieg über die 72 bitcoin hat die rallye erst einmal unterbrochen hält sich aber auf einem sehr hohen niveau und zwar oberhalb der 30.000 dollar marke wir haben einen aufwärtstrend beziehungsweise bereits einen recht fortgeschrittenen kurzfristigen aufwärts impuls aber höhere hoch sind im aufwärtstrend das was zu erwarten ist und deswegen gehe ich davon aus dass wir in naher zukunft auch noch mal einen neuen ausbruchsversuch sehen um dann das ehemalige jahreshoch nachhaltig eben zu knacken nicht nur per schatten und jetzt haben wir eben hier so eine kurzfristige seitwärtsphase und für die kurzfristigen händler ist natürlich jetzt interessant wie das ganze aufgelöst wird entweder nach oben um die 31.000 zu knacken und dann auch die 32.340 anzuvisieren oder eben vielleicht der rückschlag in richtung 26.758 um dann vielleicht zu einem späteren zeitpunkt eben sich zu sammeln für einen neuen angriff lasst gerne einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat ansonsten viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal